Den bekannten beruflichen Alltag einmal hinter sich lassen und neue Eindrücke in einem anderen Land sammeln, muss für Lehrerinnen und Lehrer kein Traum bleiben. Ob Kanada, Nicaragua, Norwegen oder Thailand, deutsche Schulen gibt es in über 70 Ländern auf der Welt. Wollt ihr auch mal raus und die Welt kennenlernen? Dann bleibt jetzt dran, denn von mir bekommt ihr jetzt nützliche Informationen und Antworten auf einige wichtige Fragen zum Thema Unterrichten im Ausland. Herzlich Willkommen zu Betzertv. Raus aus dem Bett und ab am Strand. Was für eine Vorstellung. Okay, für alle, die im Hohen Norden, die am Meer wohnen, klingt das jetzt nicht so besonders. Aber ihr wisst, was ich meine. Leben und Arbeiten im Ausland. Kapstadt, Rio oder New York? Klingt verlockend, oder? Auch als Lehrerin oder Lehrer habt ihr dazu die Möglichkeit. Welche genau das sind, das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Unter den deutschen Auslandsschulen gibt es zwei Modelle. Deutschsprachige Auslandsschulen und Begegnungsschulen. An Schulen beider Ausrichtungen ist es für euch als Lehrkraft mit Lehrbefähigung möglich, für einige Zeit im Ausland zu unterrichten. Der Unterricht an deutschsprachigen Auslandsschulen richtet sich nach den in den Bundesländern gültigen Lehr- und Bildungsplänen. Die Abschlüsse und Zeugnisse werden auch in Deutschland anerkannt. Hier werden vor allem Kinder unterrichtet, deren Eltern vorübergehend im Ausland arbeiten. Die meisten deutschen Auslandsschulen sind als Begegnungsschulen konzipiert. Hier werden Kinder aus deutschsprachigen Ländern gemeinsam mit Inländischen unterrichtet. Das Kollegium besteht aus deutschem und inländischem Lehrpersonal, so wie oft auch aus Lehrkräften aus weiteren Ländern. Hier werden neben den deutschen Abschlüssen auch nationale Abschlüsse angeboten. Daneben existieren Bundeswehrschulen sowie europäische Schulen und nationale Schulen mit einem deutschsprachigen Schwerpunkt. Im Unterschied zu dem Großteil der deutschen Schulen handelt es sich bei den Auslandsschulen um private Schulen, die sich zum Beispiel durch Schulgebühr neben einer Förderung durch die Bundesrepublik Deutschland überwiegend selbst finanzieren müssen. Die meisten Lehrkräfte werden über die ZFA, die Zentralstelle für das Auslandswesen, vermittelt oder bewerben sich direkt als Ortslehrkraft. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Bei einer Vermittlung über die ZFA könnt ihr euch nicht für ein bestimmtes Land bewerben, sondern nur zwei Großräume ausschließen. Wenn ihr also an eine bestimmte Schule möchtet, müsst ihr euch als Ortslehrkraft direkt bei einer deutschen Auslandsschule bewerben. Eventuell erhaltet ihr dadurch allerdings eine geringere Vergütung und auch andere Vorteile können entfallen. Also, falls ihr jetzt schon vom kalifornischen Sandstrand geträumt habt, muss ich euch leider etwas bremsen. So einfach kommt ihr da nicht hin. Für den Auslandseinsatz gibt es verschiedene Programme. ADLK, Auslandsdienstlehrkraft, das ist für verbeamtete oder unbefristet angestellte Lehrkräfte, die sich aus dem deutschen Schuldienst beurlauben lassen. BPLK ist Bundesprogrammlehrkraft für Lehrkräfte ohne aktuelles Dienstverhältnis, zum Beispiel direkt nach dem zweiten Staatsexamen oder einem Master im Hauptfach Linguistik mit Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache, aber auch für verbeamtete und angestellte Lehrkräfte möglich. LPLK ist die Landesprogrammlehrkraft für beamtete oder unbefristet angestellte Lehrkräfte mit gymnasialem oder vergleichbarem Lehramt. Hier ist die Vermittlung vor allem nach Mittel- und Osteuropa, Baltikum, Türkei, China, Aserbaidschan und Vietnam. OLK, die Ortslehrkraft, das ist eben die Bewerbung direkt an der Schule. Der Anstellungsvertrag wird nach gültigem Landesrecht mit dem dortigen Schulträger geschlossen. Genauere Informationen zu den verschiedenen Wegen habe ich euch unten einmal verlinkt. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, bei kirchlichen, staatlichen oder privaten Organisationen unterzukommen. Ihr könnt bereits nach dem Referendariat oder während eines bestehenden Dienstverhältnisses ins Ausland wechseln. Nützlich ist eine Zusatzqualifikation als Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache, eine gesuchte Fächerkombination und natürlich eine Lehrbefähigung. Wenn ihr bereits als Lehrkraft arbeitet, benötigt ihr noch eine Freistellung der zuständigen Behörde und ihr müsst die Tätigkeit vor dem 61. Lebensjahr beginnen. Aufgrund der begrenzten Vertragsdauer wechseln die Lehrkräfte an deutschen Auslandsschulen häufiger. Dadurch ist es auch für jüngere Lehrerinnen und Lehrer möglich, schnell Erfahrungen in leitenden Stellen oder bei Schulentwicklungsprozessen zu sammeln. Ihr lernt andere Bildungssysteme kennen und könnt diese Erfahrungen für den Unterricht und den Schulalltag zurück in Deutschland nutzen. Wenn ihr bereits als Lehrkraft tätig seid, bewerbt ihr euch in Papierform auf dem Dienstweg für den Auslandsschuldienst. Eure Schulleitung prüft den Antrag und gibt diesen an die jeweilige Landesbehörde weiter. Wenn alles passt, spricht euch diese die Freistellung aus und die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen leitet das Vermittlungsverfahren ein. Als Ortslehrkraft bewerbt ihr euch, wie gesagt, einfach direkt an der Schule. Die Vertragsdauer hängt von dem eingeschlagenen Weg der Beschäftigung ab. Der Grundvertrag als Auslandsdienstlehrkraft läuft über drei Jahre mit Verlängerung auf maximal sechs Jahre. Der Grundvertrag als Bundesprogrammlehrkraft läuft in der Regel über zwei Jahre mit der Verlängerung auf ebenfalls sechs Jahre. Als Landesprogrammlehrkraft arbeitet ihr üblicherweise ein Jahr, aber auch hier gibt es die Möglichkeit, auf sechs Jahre zu verlängern. Ortslehrkräfte vereinbaren die Vertragsdauer mit dem Schulträger vor Ort. Als Lehramtsstudierende könnt ihr Lehramts- oder Unterrichtspraktika an deutschen Auslandsschulen absolvieren. Informiert euch aber vorab, ob ein Praktikum anerkannt wird. Der Weltverband Deutscher Auslandsschulen unterhält Kooperation mit mehreren deutschen Universitäten. Informationen zu den Anforderungen und Möglichkeiten erhaltet ihr direkt bei der entsprechenden Schule. In der Regel ist das aus organisatorischen und rechtlichen Gründen nicht möglich, da die Ausbildung nicht nur am Dienstort, sondern auch an einem Studienseminar stattfindet und die Prüfungsordnung eingehalten werden muss. Eventuell ist eine Verkürzung der Dauer des Referendariats möglich, wenn ihr an einer Auslandsschule gearbeitet habt. Genaue Informationen erhaltet ihr bei der für eure Ausbildung zuständigen Einrichtung im Bundesland eurer ersten Ausbildungsphase. Deutsche Auslandsschulen gibt es in rund 70 verschiedenen Ländern. Wo diese liegen, zeigt eine Karte der ZFA. Link ist unten in der Videobeschreibung. Weltweit gibt es rund 140 anerkannte deutsche Auslandsschulen. Auf der Seite Lehrer weltweit des Weltverbandes findet ihr eine Liste. Unten in der Videobeschreibung findet ihr noch weitere interessante Links zum Thema. Also wenn euch das interessiert, stöbert doch etwas herum. Das waren meine Informationen zum Thema. Jetzt würde mich natürlich von euch interessieren, wer hat schon mal als Lehrkraft im Ausland gearbeitet? Wie habt ihr diese Zeit erlebt? Teilt eure Erfahrungen mit uns. Wir sind gespannt. Wenn euch diese Informationen weitergebracht haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und unterstützt uns mit einem Kanalabo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Christoph und tschüss. Tschüss!